Es geht um deine Freundschaften und wenn es wirklich deine Freunde sind, dann werden sie deine Gefühle und unsere Beziehung respektieren. Guten Abend. Hallo. Ich finde es nicht gut, dass dieses Hotel gebaut wird. Für sie ist das also alles nur ein Spiel. Ich möchte euch nicht im Wege stehen. Also von mir aus könnt ihr heiraten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017